Danke, Frau Präsidentin, Herr Minister, Staatssekretär, hohe Sao, so vor allem Bürgerinnen und Bürger vor den Fernsehschirmen, also zu dem Bären, der mir heute anonym mit Liebesbrief geschenkt wurde, zu dem komme ich dann später noch. Ich beginne, ich beginne natürlich, passt zum Budget dazu, beginne, Herr Minister, bei Ihrer Budgetrede auf Seite 1, ich habe leider nur drei Minuten zur Verfügung, so spreche ich dir eine Stunde, um alle Seiten durchzumachen, beginne ich auf Seite 1 mit Ihren Zitaten. Sie sagen, die Welt befindet sich in Umbruch, hinter uns ist eine weltweite Pandemie. Auf Seite 1, beschließen Sie das mit der Schlussfolgerung, Sie zeigen, dass die Welt nicht mehr mit jener von vor 2020 zu vergleichen ist, aufgrund Pandemie und so weiter. Herr Minister, woher wissen Sie das? Ich sage es Ihnen, wenn Sie es nicht wissen, Herr Minister, Sie haben nachgelesen bei Klaus Schwab in seinem Buch The Great Reset, das im Juli 2020, im Juli 2020 von ihm veröffentlicht wurde, lest es einmal nach, veröffentlicht wurde und das genau, genau das behauptet. Und das war auch das Geschenk, das ich heute bekommen habe, damit bin ich auch beim Thema, mit Liebesbrief dabei, hineingesteckt in den Pären, zusammengeschnitzelt, zusammengeschnitzelt, das kann man eigentlich von was anderen her. Und da steht auch The Great Reset drauf, also ich lade die Kolleginnen oder den Kollegen ein, seid nicht so furchtsam. Hättet jetzt den Namen reingeben, redet mit mir, tut es einmal, tut es euch einmal möglich mit dem Great Reset und mit dem, was die Globalisten seit 2020 mit uns aufhören, mit dem beschäftigen, Herr Minister. Und ich lese, ich müsste Ihnen einige Zitate vorlesen. Ich möchte nur das letzte Zitat, das Sie in der Budgetrede auf Seite 1 gebracht haben, mit dem Zitat aus diesem Buch von Klaus Schwab vergleichen. In diesem Zitat sagt Klaus Schwab, nichts wird jemals wieder so sein wie zuvor. Genau dasselbe, was Sie sagen. Genau dasselbe, was Sie sagen. Und wissen Sie, Herr Minister, machen Sie doch endlich einmal die Politik für die österreichische Bevölkerung, nicht für die Globalisten. Tun Sie nicht mit bei der Baugeldabschau. Machen Sie nicht mit bei der Auslagerung der Souveränität unseres Staates, indem Sie Kompetenz an eine Weltgesundheitsorganisation abgeben. Und Herr Minister, Herr Minister, folgendes. Ihr Budget, haben wir heute schon gehört, 105 Milliarden Euro Rucksack, das Sie in dieser Budgetperiode für die Zukunft angehäuft haben, folgt daraus, dass Sie in der Vergangenheit eine vollkommen schlechte Politik gegen die Bevölkerung, gegen die Unternehmer gemacht haben. Und ich bringe Ihnen, ich bringe Ihnen nur zur Wiederholung ein Beispiel. Ich habe dieses Beispiel hier im Parlament schon mehrmals gebracht. Herr Minister, wir in Österreich hatten von den Regierungsparteien mit Unterstützung von SPÖ und NEOS vorgegeben, einen Dauerlockdown vom 2. November 2020 bis Ende Mai 2021, während in der Schweiz die Hotelbetriebe und die Bergbahnen offen waren. Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, schauen Sie sich diese Tafel an. Wir hatten in dieser Zeit, das ist der graue Balken, ein Nächtigungsminus von 95 Prozent, weil die Betriebe nicht arbeiten durften. Beim selben Virus in der Schweiz waren die Betriebe geöffnet, da war das Nächtigungsminus zwischen 25 und 35 Prozent. Was ist die Konsequenz Ihrer desaströsen Politik? Natürlich, Sie sperren die Betriebe zu, nicht gottgegeben. Natürlich müssen Sie die Betriebe entschädigen. Sie haben für diese schlechte Covid-Politik gegen die Bevölkerung 55 Milliarden Euro mit zehn Händen beim Fenster hinausgeschmissen. Alles Geld, das uns heute bitte fehlt. Und wissen Sie abschließend, Sie haben eine Politik nicht für die Betriebe in Österreich gemacht. Sie haben eine Politik für die Globalisten gemacht. Schauen Sie sich die Umsatzsprünge von Amazon und Co. Gewaltige Zuwächse unserer Betriebe haben Sie zugesperrt. Sie haben damit das Geschäftsmodell der Globalisten befeuert. Das ist der Wahnsinn. Hören Sie auf, mir Politik für die Globalisten zu machen. Machen Sie endlich das, wofür Sie angelobt sind, Politik für die österreichische Bevölkerung.